Was ist der Zusammenhang zwischen Kiefergelenksstörung und Arthritis? Der Zusammenhang zwischen Kiefergelenks- und Muskelerkrankungen, Kiefergelenkserkrankung und Arthritis beruht auf der Tatsache, dass Arthritis eine der möglichen Ursachen der Erkrankung ist. Kiefergelenksstörung bezieht sich auf Probleme, die das Kiefergelenk betreffen, ein Gelenk, das den Schädel mit dem Unterkieferknochen verbindet. Diese Gelenke befinden sich direkt vor den Ohren und werden beim Kauen, Sprechen und Schlucken verwendet. Tatsächlich kann eine Arthritis im Kiefer mit einer Kiefergelenksstörung verwechselt werden. Kiefergelenksstörung und Arthritis können bei einigen Personen auch gleichzeitig auftreten. Arthritis der Kiefergelenkserkrankung ist eine degenerative Erkrankung, bei der betroffene Gelenke entzündet, weniger mobil und schmerzhaft werden. Jedes Gelenk im Körper, einschließlich des Kiefergelenks, kann Arthritis entwickeln. In der Tat können verschiedene Arten von Arthritis für Kiefergelenkerkrankungen verantwortlich sein. Eine der wahrscheinlichsten arthritischen Ursachen für Kiefergelenkserkrankungen ist Osteoarthritis, eine Art von Arthritis, die bei älteren Menschen häufiger auftritt und mit Verschleiß verbunden ist. Mit Fortschreiten der Krankheit wird der Knorpel zerstört, die Beweglichkeit der Gelenke ist eingeschränkt und es kommt zu Bissveränderungen. Rheumatoide Arthritis, die entweder mit Lupus assoziiert ist oder von selbst auftritt, ist auch eine Ursache für Kiefergelenksstörungen und Arthritis. Wenn die Rheumatoide Arthritis beginnt, den Kiefer zu beeinflussen, hat dies normalerweise bereits alle anderen Gelenke des Körpers betroffen. Der Zustand kann dazu führen, dass die Zähne falsch ausgerichtet werden, und in schweren Fällen kann der Kieferknochen miteinander verschmelzen, was das Öffnen des Mundes oder das Essen extrem erschwert. Obwohl selten, ist traumatische Arthritis eine weitere mögliche Ursache für Kiefergelenkerkrankungen. Der Zustand kann durch Ziehen an den Zähnen oder durch ein anderes stumpfes Krafttrauma im Kiefer verursacht werden. Die Symptome einer temporomandibulären Gelenksstörung und Arthritis lassen sich möglicherweise nur schwer von allgemeinen Symptomen der temporomandibulären Gelenksstörung unterscheiden. Wenn Arthritis die Ursache ist, kann es jedoch zu Schwellungen und Druckempfindlichkeit kommen und Schmerzen vor dem Urküllen möglicherweise bemerkt werden. Der Schmerz wird normalerweise auch beim Zusammenweilen, Kauen oder bei anderen Aktivitäten, die eine Bewegung des Kiefers erfordern, verstärkt. Beim Klicken auf die Backe wird das Klauenklopfen oft als Schleif-, Gitter- oder Knallgeräusch bezeichnet, was darauf hinweist, dass die Gelenke betroffen sind. Nichts theoidale Antirheumatika und Muskelrelaxantien werden im Allgemeinen zur Behandlung von Kiefergelenkserkrankungen und Arthritis eingesetzt. Eine Schiene kann auch verwendet werden, um den Muskel vor Überbeanspruchung zu schützen und Schmerz zu lindern. Wärmetherapie und eine sanfte Diät sind auch nützlich, um Schmerzen zu lindern und Beschwerden durch wiederholtes Krauen und Käferbewegungen zu reduzieren. Bildung kann auch eine große Rolle bei der erfolgreichen Behandlung von Käfergelenksstörungen und Arthritis spielen, wodurch Leitende dabei helfen zu verstehen, welche Maßnahmen weitere Schmerzen verursachen können. Beispielsweise könnte die Kenntnis von Techniken zur Physiotherapie im Zusammenhang mit Käfergelenkserkrankungen dazu beitragen, dass Patienten die durch die Erkrankung verursachten Kopfschmerzen lindern und die Käfermuskulatur stärken können. Abhängig von der Art der Arthritis, die den Käfer betrifft, kann ein aggressiverer Behandlungsverlauf erforderlich sein? Infektiöse Arthritis, eine Art, die möglicherweise durch Bakterien oder Viren verursacht wird, die sich aus einem anderen Körperteil ausbreiten, ist ein Beispiel für eine Arthritis, bei der in der Regel eine aggressive Behandlung erforderlich ist. Um dauerhaften Käferschäden vorzubeugen, kann bei Verdacht auf eine Erkrankung ein Antibiotikum verschrieben werden. Häufig wird die Arthritisbehandlung begonnen, bevor Laborergebnisse vorliegen. Die den Zustand oder die Art der auftretenden Infektion bestätigen. Letztendlich wird die richtige Diagnose und Behandlung von Käfergelenksstörungen und Arthritis wahrscheinlich darauf beruhen, dass medizinische Experten, die sich auf Gesichtsschmerzen spezialisiert haben, um Hilfe bitten. Anamnese, Rindgen und Computertomographies ganz eines Patienten werden häufig verwendet, um eine genaue Diagnose zu erhalten. Wenn die Schmerzen bei konservativen Behandlungsoptionen anhalten oder sich verschlimmern, kann eine Operation empfohlen werden, um die durch Arthritis verursachten strukturellen Störungen und Gelenksanomalien zu korrigieren.